Hallo und herzlich willkommen. Unsere Namen sind Jula Henke und Jöran Moos-Mehrholz. Wir starten in dieses Video mit einem Überblick. Hier kommen drei Aussagen über Unterricht. Erste Aussage, Unterricht sollte multiple Ziele verfolgen, zum Beispiel kognitive und motivationale Ziele. Man spricht von Multikriterialität. Zweite Aussage, Unterricht ist ein Angebot, das von Schülerinnen und Schülern genutzt werden soll und dessen Wirkung von verschiedenen Faktoren abhängt, unter anderem von der Nutzung der Lernenden, also von den Lernaktivitäten, von deren individuellen Voraussetzungen, beispielsweise vom kognitiven Lernpotenzial und vom Kontext, zum Beispiel den schulischen Rahmenbedingungen. Wir sprechen hier insgesamt vom Angebotsnutzungsmodell. Die dritte Aussage über Unterricht. Unterricht ist ein komplexes Geschehen. Beim Unterrichten geht es um das Gestalten von Lerngelegenheiten, das ist das Angebot, und das erfolgreiche Zusammenspiel von Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen. Die Sichtstrukturen, die auch Oberflächenstrukturen genannt werden, liefern den Rahmen für Unterrichtsprozesse. Sie sind vergleichsweise leicht von außen beobachtbar. Sichtstrukturen umfassen in Bezug auf Unterricht erstens Organisationsformen, zum Beispiel Klassenunterricht, zweitens Sozialformen, zum Beispiel Gruppenarbeit, und drittens Methoden, zum Beispiel Projektarbeit. Beim Unterrichten geht es auch um die Tiefenstrukturen. Sie beziehen sich auf die unterhalb der Sichtebenen stattfindenden Lehr-Lernprozesse und umfassen die Qualität der Interaktion der Lernenden mit dem Lernstoff, die Qualität der Interaktion zwischen den Lernenden und der Lehrkraft, sowie die Interaktion der Lernenden untereinander. Diese Tiefenstrukturen lassen sich in drei Basisdimensionen ordnen. Man bezeichnet sie auch als Basisdimensionen guten bzw. wirksamen Unterrichts oder als die Merkmale der Prozessqualität des Unterrichts. Diese Merkmale umfassen erstens Klassenführung, zweitens konstruktive Unterstützung und drittens kognitive Aktivierung der Lernenden. Tiefenstrukturen sind von entscheidender Bedeutung. Empirische Studien zeigen, gelingende Klassenführung, ein hohes Maß an konstruktiver Unterstützung und eine erfolgreiche kognitive Aktivierung wirken sich positiv auf die Lernentwicklung und die motivationale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern aus, unabhängig davon, welche Methoden sowie Organisations- und Sozialformen zum Einsatz kommen. Was ist wirksamer Unterricht und wie kann er realisiert werden? Diese Fragen sind nicht trivial, sondern zentral. Denn Unterrichtsqualität ist ein entscheidender Faktor für Qualität und Leistungsfähigkeit von Schule. Dieses Video basiert auf der Publikation Grundlagen für einen wirksamen Unterricht von Ulrich Trautwein, Anis Lifka und Alexandra Demel. Das ist Band 1 der Publikationsreihe Wirksamer Unterricht des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, IBBW. Wir werden Ihnen am Ende dieses Videos noch die weiteren Bände vorstellen und die kostenlosen Bezugsquellen nennen. Unterricht ist ein vielschichtiges, hochkomplexes Geschehen mit verschiedensten Einflussfaktoren. Entsprechend komplex und vielfältig sind auch die Forschung hierzu und die Empfehlungen, wie guter Unterricht gelingen kann. Dieses Video gibt einen Überblick zu zentralen Aspekten guten, wirksamen Unterrichts. Die wesentlichen Merkmale lassen sich in drei Basisdimensionen zusammenfassen, den sogenannten Tiefenstrukturen. Kurz und knapp gesagt, auf die Tiefenstrukturen kommt es an. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Tiefenstrukturen einen entscheidenden Einfluss auf Qualität und Wirksamkeit von Unterricht haben. Tiefenstrukturen haben eine größere Erklärungsmacht für den Lernerfolg und die motivationale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern als die Sichtstrukturen. Tiefenstrukturen sind also die nicht so einfach beobachtbaren Lehr-Lern-Prozesse. Sie sind entscheidender als die Sichtstrukturen, die auch von fachkundigen, außenstehenden Unterrichtsbeobachtern unmittelbar erfassbar sind. Dazu zählen zum Beispiel die Methoden und Sozialformen. Die Tiefenstrukturen lassen sich in drei sogenannte Basisdimensionen aufteilen. Erstens kognitive Aktivierung, zweitens konstruktive Unterstützung und drittens Klassenführung, auch Classroom Management genannt. Später in diesem Video werden wir diese drei Dimensionen einzeln betrachten. Was ist eigentlich guter Unterricht? Zu dieser Frage unterscheidet der Erziehungswissenschaftler Andreas Helmke zwei Sichtweisen. Da ist zum einen der prozessorientierte Zugang. Er misst Unterricht an seiner Prozessqualität. Es geht um die Beschaffenheit des Unterrichts, beispielsweise darum, dass er die Interessen der Lernenden aufgreift. Guter Unterricht wird als Lehr-Lern-Situation verstanden, die bestimmten, anerkannten Qualitätsmerkmalen entspricht. Die zweite Sichtweise ist der produktorientierte Zugang. Er misst Unterricht an seiner Ergebnisqualität, beispielsweise an den Wirkungen bei Schülerinnen und Schülern und dem Erreichen von Lernzielen. Die aktuelle empirische Bildungsforschung ist sowohl prozess- als auch produktorientiert. Sie untersucht datenbasiert die Frage, welche Merkmale weist ein Unterricht auf, der zu gewünschten Lernergebnissen führt. Generell gilt, guter Unterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass er auf der Prozessebene anerkannten Qualitätsmerkmalen entspricht und auf der Produktebene Wirkung, zum Beispiel Lernzuwachs, erzielt. Unterricht ist ein komplexes Geschehen. Aufgrund dieser Komplexität greifen einfache lineare Wenn-Dann-Folgerungen bei der Planung von Unterricht und der Frage nach Unterrichtsqualität meist zu kurz. Wie ist es bei dieser Komplexität überhaupt möglich, Aussagen über Wirkungszusammenhänge zu treffen und Handlungsempfehlungen für wirksamen Unterricht zu geben? Die Unterrichtsforschung hat Modelle entwickelt, die als Orientierungshilfe dienen. Kurz und knapp. Es gibt Stellschrauben für lernwirksamen Unterricht. Das Angebotsnutzungsmodell bietet einen Überblick über die Variablen zur Erklärung von Lernerfolg. Es zeigt Stellschrauben für die Erhöhung von Lernerfolg. Dazu zählen zum Beispiel die Qualität der Lehr-Lern-Prozesse im Unterricht und der Unterrichtsmaterialien. Angebotsnutzungsmodelle haben gemeinsam, dass sie Unterricht als ein Angebot verstehen, das von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden soll. Diverse Faktoren, wie zum Beispiel Vorkenntnisse, Klassenklima, Motivation beeinflussen, ob und wie die Lernenden das Angebot nutzen. Unterrichten ist also das Schaffen von Lerngelegenheiten. Sein Ertrag, also seine Wirkung, hängt im Wesentlichen von der Nutzung durch den Schüler oder die Schülerin ab. Aus lerntheoretischer Sicht bedeutet dies, dass Lernen als aktiver, selbstgesteuerter und individueller Prozess verstanden wird. Schauen wir uns anhand einer Abbildung als Beispiel das Angebotsnutzungsmodell von Andreas Helmke an. Ausgangspunkt, hier links, ist die Lehrkraft, die den Unterricht als Angebot gestaltet. Die Lernaktivitäten sind die Nutzung dieses Angebots. Und am rechten Ende dieser Kette steht der Ertrag, also die Wirkungen. Das alles geschieht nicht im luftleeren Raum. Das Unterrichtsangebot und seine Nutzung werden von den individuellen Voraussetzungen der Lernenden beeinflusst. Dazu zählen zum Beispiel der familiäre Hintergrund, das motivationale und das kognitive Lernpotenzial. Und Lehrkraft, Unterricht, Lernaktivitäten und Wirkungen stehen in einem Kontext, also den gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen, beispielsweise der Schulform. Für Lehrkräfte steht die Angebotsseite im Zentrum, da Sie diese aktiv beeinflussen können. Wie lässt sich das Angebot, also Unterricht, wirksam gestalten? Wenn wir uns fragen, was Unterricht bewirken soll, geht es um Multikriterialität als Ziel. Das bedeutet, Unterricht sollte multiple Ziele verfolgen. Daher spricht man von Multikriterialität von Unterricht. Hier einige Beispiele für verschiedene Ziele. Fachliche Kompetenzen, fachübergreifende Kompetenzen, beispielsweise Lern- und Problemlösekompetenzen, Motivation, beispielsweise Interessen, Emotion, beispielsweise Freude an einem Fach, Einstellung, beispielsweise Leistungsbereitschaft und Ziele im Sinne eines erweiterten Bildungsbegriffs, beispielsweise Eigenverantwortlichkeit, Demokratiefähigkeit, Mündigkeit etc. Beginnen wir mit einem Zitat von der Psychologin Mareike Kunter. Erfolgreicher multikriterialer Unterricht ist nicht durch ein bestimmtes Vorgehen gekennzeichnet, sondern besteht aus der gelungenen Kombination verschiedener Gestaltungselemente, ist also in der sogenannten Orchestrierung diverser Strategien zu sehen. Es gibt immer wieder Wellen, die zum Beispiel in einer bestimmten Unterrichtsmethode die Lösung aller Probleme sehen. Das hat sich empirisch als nicht haltbar erwiesen. In der Literatur finden sich jedoch verschiedene Kriterienkataloge, die Qualitätskriterien von Unterricht benennen und nützliche Hinweise bieten, was die Wirksamkeit von Unterricht nachweislich positiv beeinflusst. Diese Merkmalskataloge für guten Unterricht eignen sich nicht zur rezepthaften Anwendung, sondern dienen Lehrkräften vielmehr als Orientierungspunkte. In den letzten Jahren besteht Einigkeit zu den folgenden drei zentralen Punkten. Zusammenwirken. Auf das Zusammenwirken der verschiedenen Merkmale kommt es an. Für lernwirksamen Unterricht ist weniger der Einsatz eines einzelnen Unterrichtsmerkmals entscheidend, sondern das Zusammenwirken verschiedener Merkmale. Ein wichtiges Stichwort ist hier die Orchestrierung. Wechselseitige Kompensierbarkeit. Defizite bei einem Merkmal können bis zu einem gewissen Grade durch Stärken in einem anderen kompensiert werden. Bedeutung tiefenstruktureller Merkmale. Tiefenstrukturen, also zum Beispiel eine effektive Klassenführung oder der Grad an kognitive Aktivierung der Lernenden, sowie die Unterstützung durch die Lehrkraft. Diese tiefen Strukturen also haben im Blick auf fachliche Kompetenzen ein größeres Erklärungspotenzial für den Lernerfolg als Sichtstrukturen, also zum Beispiel bestimmte Sozialformen oder Unterrichtsmethoden. Kurz und knapp. Stichwort Lernen sichtbar machen. John Hetty veröffentlichte 2009 seine Studie Visible Learning. Auf Deutsch ist sie 2013 unter dem Titel Lernen sichtbar machen erschienen. Sie hat in Deutschland große Aufmerksamkeit erfahren, aber auch einige Kritik geerntet. Man kann von einem regelrechten Hetty-Hype sprechen. Hetty hat über 800 Meta-Analysen aus der Unterrichtsforschung ausgewertet, die überwiegend aus dem angloamerikanischen Sprachraum stammen. Dabei hat er 138 Faktoren herausgefiltert, sie in eine Rangfolge bezüglich ihres Wirksamkeitsgrads gebracht und sechs Domänen zugeordnet. Die Domänen lauten Lernende, Elternhaus, Schule, Lehrperson, Curricula und Unterricht. Weitere Informationen dazu findet man im Netz unter www.lernsichtbarmachen.ch. Die Studien von John Hetty zu Befunden zur Wirksamkeit von Unterricht haben insbesondere die Bedeutung von Tiefenstrukturen bestätigt und in den Fokus gerückt. Schauen wir genauer auf das Konzept von Sicht- und Tiefenstrukturen. Es kann auch mit der Eisberg-Metapher beschrieben werden. Wie bei einem Eisberg ist nur ein gewisser Teil des Unterrichts sichtbar. Das sind die Sichtstrukturen. Währenddessen sind wesentliche und für den fachlichen Leistungszuwachs bedeutsame Teile unter der Wasseroberfläche verborgen. Hier sprechen wir von Tiefenstrukturen. Guter Unterricht beachtet sowohl die Sichtstrukturen als auch die Tiefenstrukturen. Entscheidend ist zu differenzieren, welche Unterrichtsziele im Vordergrund stehen sollen bzw. welchen Stellenwert die verschiedenen Aspekte für das Lernen haben. Unterricht lässt sich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Auf dieser Abbildung sind die Ebenen in Tiefenstrukturen und Sichtstrukturen aufgeteilt. Schauen wir zunächst auf die Sichtstrukturen. Sie geben den Rahmen von Unterrichtsgestaltung vor und sind auch für fachkundige, außenstehende Unterrichtsbeobachter und Beobachterinnen schon innerhalb weniger Minuten erfassbar. Sichtstrukturen sind zentrale Bestandteile bei der Unterrichtsplanung, denn sie liefern das generelle Setting, um das Lernen im Unterricht zu ermöglichen. Dieses Setting lässt sich auf verschiedenen Ebenen beobachten und beschreiben. Die erste Ebene umfasst generelle Organisationsformen. Damit sind die strukturellen Rahmenbedingungen von Unterricht gemeint, zum Beispiel Regelunterricht oder Förderunterricht. Auf der zweiten Ebene finden wir Methoden, also Formen der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung, die sich auch auf mehrere Unterrichtsstunden beziehen können und die nach bestimmten Prinzipien gestaltet sind. Hier geht es zum Beispiel um die Rolle der Lehrkraft und die eingesetzten Sozialformen. Es gibt eine große Vielfalt an Methoden, unter anderem direkte Instruktion und Projektarbeit. Durch die Wahl der Methoden lassen sich etwa überfachliche Kompetenzen gezielt fördern, beispielsweise Eigenständigkeit, Teamfähigkeit etc. Innerhalb einer Unterrichtsstunde können auch wechselnde Methoden zum Einsatz kommen. Stichwort Methodenvielfalt. Auf der dritten Ebene finden wir die Sozialformen. Sie beschreiben die Gestaltung der sozialen Interaktion innerhalb des Unterrichts, zum Beispiel Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder Einzelarbeit. Stichwort Methodenvielfalt. Forschungsergebnisse zeigen, dass Methodenvielfalt besser ist als die Beschränkung auf einzelne Methoden. Keine Methode ist per se besser und die Vielfalt und der passende Einsatz sind entscheidend. Aber was bedeutet das für Sie als Lehrkraft? Sie sollten ein umfassendes Repertoire an verschiedenen Methoden beherrschen, die Sie je nach Kontext und Ziel flexibel anwenden und kombinieren. Dazu gehört auch, dass Sie die Potenziale und Grenzen der einzelne Methoden kennen und bezogen auf Ihren eigenen Unterricht reflektieren. Es gibt viele praxisorientierte Bücher zu Unterrichtsmethoden, auf die Sie zurückgreifen können, um Ihr Wissen zu vertiefen und praxisnahe Beispiele mit Anwendungstipps für Ihren Unterricht zu erhalten. Konkrete Literaturangaben finden Sie im Text, auf dem dieses Video basiert. Dort finden Sie übrigens auch ein Glossar zu den zentralen Begriffen aus diesem Video. Organisationsformen, Methoden und Sozialformen bilden den Rahmen für Lernprozesse und sind damit bedeutende Faktoren für die Gestaltung lernwirksamen Unterrichts. Dieses Video basiert auf Band 1 der mehrteiligen Publikationsreihe Wirksamer Unterricht des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg. Und diese Reihe widmet sich nicht den Sichtstrukturen, sondern den Tiefenstrukturen von Unterricht. Die Unterrichtsforschung geht heute davon aus, dass vor allem die Tiefenstrukturen für die Qualität und den fachlichen Ertrag von Unterricht bedeutend sind. Sie haben den entscheidenderen Einfluss auf die Lernerfolge als die Sichtstrukturen. Zu den Tiefenstrukturen von Unterricht gehören Merkmale der Lernprozesse, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Um noch einmal auf die Eisbergmetapher zurückzukommen, hier handelt es sich um die unter der Wasseroberfläche verborgenen, aber gewichtigen und tragenden Inhalte. Tiefenstrukturen zielen auf die Qualität der Interaktion der Lernenden mit dem Lernstoff und die Qualität der Interaktion zwischen den Beteiligten. Schafft es die Lehrkraft, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv über den Lernstoff nachdenken und ihn bearbeiten? Wie ist der Umgang miteinander in der Klasse? Ist es durch eine gute Klassenführung der Lehrkraft allen Schülerinnen und Schülern möglich, sich auf den Unterrichtsgegenstand zu konzentrieren? Unterstützt die Lehrkraft die Lernenden konstruktiv beim Lernen und hilft sie ihnen dabei, aus Fehlern zu lernen? Diese Fragen verdeutlichen, um was es bei den Tiefenstrukturen von Unterricht geht. Kurz und knapp. Eine Anmerkung zum Verhältnis von Sicht- und Tiefenstrukturen. Innerhalb der gleichen Sichtstruktur, beispielsweise bei der Anwendung der gleichen Methode wie Projektarbeit oder der gleichen Sozialform wie Gruppenarbeit, können sehr unterschiedliche Lehr-Lernprozesse stattfinden. Warum ist das so? Es liegt an den Tiefenstrukturen. Schauen wir genauer auf die Tiefenstrukturen. Man kann Tiefenstrukturen in drei Basis-Dimensionen und Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte ableiten. Zentral ist, dass wirksamer Unterricht nicht nur an einer Dimension festgemacht werden kann, sondern es vielmehr auf das erfolgreiche Zusammenspiel auch mit den Sichtstrukturen ankommt. Das Stichwort lautet Orchestrierung. Wichtig ist außerdem, dass die drei Basis-Dimensionen in unterschiedlichen Sichtstrukturen Beachtung finden können, zum Beispiel im Rahmen verschiedener Methoden. Die drei Basis-Dimensionen lauten Klassenführung, auch Classroom Management genannt, Potenzial zur kognitiven Aktivierung und konstruktive Unterstützung. Schauen wir auf die erste Dimension, die Klassenführung. Hier geht es um die Frage, wie gut gelingt es, den Unterricht so zu steuern, dass die Schülerinnen und Schüler die Ziele des Unterrichts verstehen, möglichst wenige Störungen auftreten, alle beim Lernen beteiligt sind und Unterrichtszeit somit effektiv genutzt werden kann. Beispiele für Themen der Klassenführung sind 1. klare Kommunikation von Bildungszielen, 2. frühe Einführung und Begründung von Regeln und Routinen, 3. konsequenter Umgang mit Störungen, 4. gut geplante Bereitstellung von Unterrichtsmaterial. Befunde aus der empirischen Forschung zum Thema Klassenführung zeigen, ein gut organisierter und strukturierter Unterricht kann positive Effekte auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler haben. Die Erhöhung der effektiven Lernzeit, wir sprechen von der sogenannten Time-on-Task, ist ein wichtiger Prädiktor für die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern. Die zweite Dimension ist das Potenzial zur kognitiven Aktivierung. Dahinter steht die Frage, zu welchem Grad werden die Lernenden angeregt, sich aktiv und engagiert mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen und sich dabei vertieft mit den Inhalten zu beschäftigen. Auch hier einige Beispiele. Es geht um, erstens, Aufgaben, die an Vorwissen anknüpfen. Zweitens, Diskurs der Meinung der Schüler aufgreift. Drittens, Inhalte, die kognitive Konflikte auslösen. Viertens, interessante, relevante Fragestellungen. Und fünftens, Aufgaben, die attraktiv erscheinen und zum Denken herausfordern. Die empirische Forschung sagt, das Potenzial zur kognitiven Aktivierung ist ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg von Lernenden. Die dritte Dimension ist die der konstruktiven Unterstützung. Sie fragt, auf welche Weise hilft die Lehrkraft den Lernenden, wenn Verständnisprobleme auftreten? Und wie sehr ist die Interaktion zwischen Lehrkräften und Lernenden durch Wertschätzung und Respekt geprägt? Auch hier folgen wieder einige Beispiele in Stichworten. Erstens, konstruktiver Umgang mit Fehlern. Zweitens, Geduld und angemessenes Tempo. Drittens, freundliche, respektvolle Beziehungen. Viertens, formatives Feedback. Und fünftens, Scaffolding, also adaptive Hilfestellung, damit alle die Lernziele erreichen können. Wir wissen aus der Forschung zur konstruktiven Unterstützung, dass gelungenes Feedback ein zentraler Faktor für erfolgreiches Lernen ist. Eine positive Schüler-Lehrer-Beziehung sowie ein wertschätzender Umgang zwischen allen am Lernprozess beteiligten Personen sind förderlich für die psychosoziale Entwicklung, für die Motivation und für das Selbstkonzept. Zudem ist sie ein wichtiger, positiver Prädiktor für Selbstvertrauen und das Interesse am Unterricht. Soweit ein Überblick über die drei Dimensionen. Welche Hinweise lassen sich hieraus für die konkrete Unterrichtsgestaltung ziehen? Antworten auf diese Frage finden Sie in der Publikationsreihe Wirksamer Unterricht des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, kurz IBBW. Die Reihe zeigt, wie kognitiv anregender und aktivierender, konstruktiv unterstützender Unterricht gestaltet werden kann. Basierend auf zentralen Erkenntnissen aus der Unterrichtsforschung bietet die Reihe praktische Umsetzungshilfen und liefert konkrete Ideen für die Unterrichtsgestaltung. Weitere Einzelaspekte Wirksamer Unterrichts werden Zug um Zug aufbereitet. Die IBBW-Reihe Wirksamer Unterricht umfasst bisher die folgenden Bände. Band 1 Grundlagen für einen Wirksamen Unterricht. Die Inhalte zu Band 1 kennen Sie schon, weil dieses Video hier darauf basiert. Band 2 kognitive Aktivierung im Unterricht. Band 3 konstruktive Unterstützung im Unterricht. Band 4 kooperatives Lernen im Unterricht. Band 5 formatives Feedback im Unterricht. Band 6 Aufgaben im Fachunterricht. Band 7 Umgang mit Fehlern im Unterricht. Band 8 sprachsensibler Fachunterricht. Weitere Bände werden folgen. Alle Bände gibt es zum freien Download auf der Website des IBBW. Noch ein weiterer Tipp betrifft den Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. Um Beobachtung und Reflexion von Unterrichtsqualität in der Praxis zu unterstützen, wurde am IBBW der Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen, kurz UFB, entwickelt. Mithilfe des Bogens kann Unterricht entlang der drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität, also kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung und strukturierte Klassenführung eingeschätzt werden. Der Bogen wird durch ein begleitendes Beobachtungsmanual ergänzt. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So kann der UFB für die individuelle Selbstreflexion, zur Unterrichtsvorbereitung, für die kollegiale Hospitation und in Beratungskontexten der Aus- und Fortbildung in allen Phasen der Lehrkräftebildung eingesetzt werden. Weitere Informationen sowie der UFB sind frei im Netz verfügbar. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, wenn Sie das Thema wirksamer Unterricht mit den Bänden der IBBW-Reihe vertiefen. Und natürlich bei der Anwendung des Gelernten in Ihrer praktischen Arbeit.